Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MarioCard. Letzte Woche ist absolut nichts gekommen, es tut mir nicht leid. Schlecht. Und da ist schon der Lia mit am Start. Es scheiss mich schon an, ist der Lia nochmal am Start. Mit dabei ist natürlich auch noch der Grischa jetzt unser Rentner. Moin Moin. Guten Morgen. Guten Morgen. Und natürlich noch der Nilay hk Markus Galaxus. It's a me, Mario. Aha, ist nicht der Marc dabei, sondern der Mario, oder wie heute? Ja. Okay, perfect. Wir spielen. GP gespiegelt, furiosen Items und Code Light. Ah, spielen wir? Okay. Ja. Das interessiert die Leute. Also scheiss drauf. Wir machen los, wir legen los. Let's go. So, wie sie im ersten Rennen, ich habe keine Ahnung wie die Map heisst, aber ich würde sagen, alles andere als sie ist ja enttäuschig. Was willst du? Ja, hä? Wie steuer ich schon? Ist sie wirklich die allerletzte? Also wirklich, wenn ich nicht gewinne die Runde... Also das... Man, ich bin schon wieder scheisse, das Spiel macht schon keine Lust. Ja, eben zum Glück. Man, ich hasse Mario Kart. Können wir mal etwas sagen? Das ist eben Karma, ihr Payasse. Wie driftet ihr schon wieder? Ey, ganz... Elia! Das ist die beste Voraussetzung, Elia, wenn das nicht mal gut ist. Ja, wer werft den verdammten Ding hinter dich? Oh, fuck, 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 fuck. Ey! Was ist das? Ich bin schon jetzt absolut am Ausrasten. Es ist noch nicht einmal die erste Runde vorbei und schon rastet sie aus, die Payasse. Oh, ich kann nicht drift. Ey, Marc! Ey, du, Uso! Hey, was ist denn? Sagen wir mal! Können wir bitte in dieser Folge extra verdammt übertreiben, dass wir einhören und der Halt zum Siegern? Nein. Nein. Das kostet extra Spass. Ja, das... Das... Das liegt noch nicht in dieser Folge. Kann ich hier wieder? Oh. Nein! So... Ja, nein, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe auch in der Aufnahme von... ...vom Rischajet-Gurzfahren und so weiter. Aber so... Also, ich gebe mir generell... Du kannst ruhig keine Mühe geben mir. Also, das habe ich absolut keine Bedenken. Ja, ja, ich glaube auch nicht. Ey! Ja, du überholst mich das nicht, ey! Das gibt's nicht! Hä? Jungs! Jetzt überholen wir wieder alle! Ey! Was ist das? Hä? Nein, du... Yo! Mein Controller! Mein Controller hat irgendein Disconnect! Ey! 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 Gibt's nicht? Ich kann nicht nehmen! Mein Controller ist weg! Mein Controller hat auch Disconnect gegeben! Hä? Eben einfach... So geil! Eben noch da! Ja, ich bin auch noch da! Ich blutze ich dritte! Aber ich bin zweiter gewesen! Ich bin immer noch zweiter gewesen! Wie schlecht seid ihr eigentlich? Uuhura schlecht! Uuhura gut! Uuhura gut! Uuhura! Mann! Aber diese Runde ist nichts! Ich fahre wieder in diese Wände rein! Ich bin ja wie lange so gut dran gewesen! Und jetzt bin ich wieder nur scheisse! Ey, das gibt's doch nicht! Ich sollte das Game einfach mehr spielen, glaube ich! Ja, ich hätte ja auch ein bisschen sollen! Gut dran! Z! Ey! Spass, Alter! Spass! Du bist gar nicht so schlecht! Ich bin so mies! Ich kann nicht! Ja, aber dich bist vor mir! Ah! Drei Rote! Yes! Let's go! Marc! Oh, noch einen für einen blauen! Nein! 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 Was ist du? Nein! 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 Ich werde noch hinten gereicht! Ich habe noch ein Controller Disconnect, aber da kann ich nicht noch nichts machen. Der zweite Platz schmeckt natürlich auch! Auf dem siebten Platz! Ich bin drittig gewesen und dann bin ich wieder hinten gereicht worden! Wie wer? Wie eine Dorfmatratza! Wie eine Dorfnutza! Die zweite Runde! Und es schmeckt natürlich... Was habe ich für Mitspieler? Ich möchte hier Gronkh-Level-Let's Plays bringen! Ja, ja! Ja, wahrscheinlich! Ja! Ich mache wieder einen Fehl-Start! Bei Gronkh gibt es noch Gameplay wie im Grisha-Jetis. Ja, schön! Ich muss mich anfangen, mal zu konzentrieren! Es liegt am Sound! Ich schwöre, es liegt am Sound! Nein! Hey! Was mache ich? Was bin ich? Meine Banane! Aha! Du verdammt Banane! Du verdammt Banane! Du bist ein Banane! Du verdammt Banane! Hey! Also Elia! Ich bin so gut dran! Ich habe verdammt, was du von einem animalischen Schrei hast! Also wäre jetzt... Der Elia! Der Seer kann schreien! Das ist einfach ein anderes Level! Der Seer kann schreien! Also wirklich aus den Tiefen... ...der Galaxie! Ich frage mich, ob Elia im Bett auch so schreit! Ja, ja! Nur wenn ich an dich denke! Let's go! Free Freundin auf jeden Fall! Ja! Wenn der so schreit im Bett, würde ich gar nicht wissen! Vanessa! Du bist eigentlich so weit vorne! Ja, wäre recht! Hey! Warte! 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 Esports! Mario Kart Karriere! Fanny, baute an! Wieso fahren wir eigentlich gespiegelt? Hey! Mann! Ich kann nicht driften! Hast du das Gefühl, dass es ungespiegelt besser wäre, als ich? Ja! Perfekt! Ist das der dritte Nebenkanal vom Unge? Der ungespiegelt! Ah, nein! Ich falle rein! Das ist schon so traurig, wenn man schon sagt! Der dritte Nebenkanal! Der dritte Nebenkanal! Der hundertste Nebenkanal! Oder der hundertste Hauptkanal! Ja, nach dem wie... Hier schmeckt! Ah! Schiesst dir eine Bombe hinter den kleinen Pajas! Ich komme! Ich komme schon mal hier! Ja, jetzt habe ich schiesst! Ich bin einfach vorher aus Versehen gefettfingert! Und bin auf den Boden geflogen! Nein! Ich habe eine Donation bekommen! Das ist... Ja, ich habe auch eine Story bekommen! Ja, zum Glück! Ja, zum Glück! Armer... Armer... Armer Musiker braucht doch ein wenig Kneten! Ja! So! Nein! Die Batterie... Nein! 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 Ich bekomme drei Bananen auf dem zweiten Platz! Schiesse eine in vorne! Ich fahre selber rein! Nein! Das beschreibt mein Leben! Ey! Grischa! Verpiss dich! Du siehst! Ich habe mich wirklich die grösste Barock sein! Jawohl! Ey! Der Grischa kann jetzt nicht vor mir sein! Meine Map! Ja! Mein erster Platz! Grischa! Du siehst! Ja! Ja! Nein! Jawohl! Elia! Vierter Platz! Oh man! Aber vier steht für was? Lifestyle! Perfekt! Deine Mom! Okay! Der war lustig! Hast du mir nach deinen Videos gesehen? Fress! Dritte Runde! Irgendeine Map von Elia! Trotzdem! Ich werde ihn zerstören! Elia! Was hast du das Gefühl? Welcher Platz? Zürbeter Platz oder wie? Ich habe einfach irgendeine Map genommen, die mich stattgefuckt! Okay! Ja! 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 Karma Hits! Und... Wie? Kann man jemand hören? Jeden Anfang der Runde, jemand zu grobsen? Töne ich schon! Was läuft mit dir? Oh mein Gott! Was ist das jetzt gewesen? Ich habe eine Banane vorgeschossen und ich habe sie genau getroffen! Snipe! Faceclan-Bewerbung ist draussen! Was läuft, Kollege? Ungern! Grischa! Let's go! Wieso hat der Zähne noch ein Ding? Das geht ja mal gar nicht! Ich habe wirklich so Dings gehen gar nicht! Ach! Die Dings sind schlimm! Das Wort hat er im Radio gelernt! Ja, ich weiss! Sie sind hauern lustig! Haha! Haha! Ja, weisst du, was will ich jetzt mit der Tröte auf dem zweiten? Ey! Haha! Der Lia einfach! Was ist unglaublich! Ey! Mann! Schon wie dünn! Er hat mich kurz überholt und dachte, das geht ja gar nicht! Ja! Genau! Nein! Der Blaue! Mann! Du musst mich eigentlich komplett hops nehmen! Ey! Aber wieso? Ah! Wieso kommt jedes Mal Blaue? So! Ey! Ey! Wieso kann ich jetzt einfach ganz normal fahren? Bitte! Hallo! Ach! Boomey! Bitte! Was will ich denn mit der Münze? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das kriegt's einfach nicht! Oh! Shit! Oh nein! Das ist ein scheiss knappes Rennen hier! Oh mein Gott! Wieso bekomme ich immer eine Münze auf dem zweiten Platz? Hallo! Du bist nicht in meine... Ah! Du bist auf eine andere Route gegangen! Ja! Shit! So hier auf Gönze! Ich greifst euch von der Mann! Du verholst mich nicht da! Du! So ein Battle auf den billigen Plätzen! Das ist unglaublich! Nein! Wer hat jetzt den Geist? Ah! Oh mein! Relya hat auch schon den Geist aufgegeben! So jetzt bitte! Bitte nicht! Nein! Immer etwas Gutes! Ja! Was will ich? Wer ist der erste? Wer ist der erste? Ich natürlich! Oh nein! 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 Ja! Das ist zum... Es wird einfach gut, wenn der Best gewinnt! Nein! 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 Grisha Jetti! Der scheiss Blaue! Und Elia und ihr beide hinter dem... hinter dem Morten und dem Lemmy Ill in Gönnesöf! Ich bin von Grisha Jetti! 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 Ihr seid beide... Also wie kann man so schlecht sein Mario Kart? Ich weiss es auch nicht! Ja! Ich weiss es auch nicht! Wir haben dafür Spass hinten! Wir haben genauso Pätsel hinten wie vorne! Ja, wir haben total viel Spass! Mach kürzen! Heute Spass! Let's Rennen auf den instrumentalisten! Let's noch jemand? Dann kann man noch jemanden rein gehen! Die Trailer... Ja, dann kannst du nicht raus! Ich hab dich niemand... Doch! Jedes... Äh! Also... Der Start für Country! Falls jemand von euch Zuschauer mal Bock hätte... Äh... Beziehen in einer Folk, du würdest es gern meiden! Also ich habe keinen Bock mehr! Milo bekommt endlich die Jens. Was, Windschatten? Geht doch nicht! Nein! Es gibt Windschatten? Gibt es Windschatten? Nein, Alter, ich fahre durch die Items durch. Aber wieso fahre ich? Der scheiss Instrumentalpistole, die ganze Wanne in meiner... Ja, und ich habe natürlich genau das Gefächt. Scheisse! Wieso bekomme ich eigentlich immer eine Scheisse mit dieser Seite? Ich kann nicht mehr um alles so dumm sein. Wer hat die Bombe? Ich habe die Bombe! Ich habe die Bombe! Ich habe auch die Bombe! Zaki! Erko, zack mir nochmal! Zum Kotzen, ist das mit dir? Ey, wie weit vorne bist du jetzt schon wieder? Wieso nicht? Geht doch einfach mal zu der Dorfnutta! Nein, vorab! Oh, Kotzen! Ey, die Scheisspflanzen! Ich habe noch nie einen grünen Daumen gehabt. Was? Ey, Vater, wieder in einem... Keine Ahnung, was ich will sagen, nein. Ey, Grisha! Oh, und der Blitz! Jedes Mal! Der Blitz gönnt nie! Grisha bekommt wahrscheinlich jeden Mal den Blitz auf den Plätzen. Nein! Nein! Eben nicht! Eben nicht! Nein! Was? Digga! Jetzt bekomme ich keinen Seiten! Nein, wirklich, nein! Zum Glück ist das... Grisha, was ist das, Mann? Was willst du von mir eigentlich? Wieso überholst du mich die ganze Zeit? Die Map ist so lang! Ja, ich muss! Ich muss! Hey, Digga! Ohne Scheiss wäre da immer die roten Panzer schiesst! Das soll man... Hey! Hallo! Tschüss! Jetzt überholt mich sogar der Elia, Digga! Da läuft etwas komplett falsch! Das ist der Elia! Hey! Grisha! Oh, was? Kommt noch ein Roter von mir? Oder was? Was ist denn da los? Kollege, ich habe nichts! Oh, nein! Nein! Jetzt überholt mich der Marc wieder mit seinen Schiss-Items... Nein! 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 Es ist überholt mich wieder ein Com-Gegner! Das geht ja mal gar nicht! Oh! Nein! Jetzt habe ich wieder keine Items! Das geht ja mal gar nicht! Oh, Mann! Hey! Oh, Mann! Nein! Nein! Oh, Jesus! Und ich bin hier entspannt auf dem ersten... Nein! Es kommt noch der Blaue! Aber... Jawohl, ich bin schon im Ziel! Nein! Let's go! Nein! Ich fahre runter! Oh, mein Gott! Oh, der Blitz! Der Blitz gönnt! Der Blitz gönnt dich runter, Marc! Der Blitz gönnt! Oh, mein Gott! Let's go! Das ist der Sieg! Oh, ihr? Wo seid ihr? Ich seid noch niemand im Ziel! Oh, Mann! Oh, Elia! Oh, Elia! Oh, Elia! Auf dem fünften Platz! Auf dem fünften Platz, Elia! Ah, wir sind beide auf dem ersten Platz, Marc! Ja! Ja! Mühsam, mühsam! So, das wär's jetzt endlich auch schon gewesen mit der Folge! Weder noch Bock hit auf mehr Mario Kart, dann gehen doch noch über ihn zum Bündner! Zum Grisha Yeti! Dort, die Folge, die würde nämlich zum Kotza sein! Checkt's aus! Lasst ein Like da und abonniert den Kanal! Euch habe ich schon lange geschnitten, ihr wichs! auf dem Grenzen sehr hoch und gibt's! Das war's jetzt noch mal. Das war's schon mal. Das war's schon mal! Drei Mal. Du bist an und davor, Drei Mal. und Du bist einnecter. Und er will sein, Drei Mal. Drei Mal. oder! Drei Mal.